London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Näher dran an den Royals ist keiner, außer natürlich unsere Society-Expertin Vanessa Blumhagen. Und die ist schon jetzt voll im Hochzeitsfieber. Ich bin aus dem Flieger direkt ins Taxi gestiegen und auf dem Weg in die City von London. Ich treffe mich nämlich jetzt mit dem Etikette-Experten Großbritannien, mit William Hansen, der mir sagt, wie benehme ich mich bei der Royalen Hochzeit, was ziehe ich an und darf ich der Queen die Hand schütteln? Ob Vanessa das darf, weiß er, William Hansen. Mit gerade mal 28 Jahren ist er der Etikette-Experte des Vereinigten Königreichs. Essen auf dem Sofa für ihn ein absolutes No-Go. Jetzt macht er unsere Society-Expertin fit für die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry. Hallo Vanessa, wie geht es dir? Schön, dich endlich kennenzulernen. Wie war deine Reise? Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ich bin so froh, hier zu sein. Seien wir? Im Langham Hotel residierten schon Prinzessin Diana und Charles. Und genau hier verrät William Vanessa jetzt die kleinen Etikette-Geheimnisse, die man als Hochzeitsgast der Royals beachten sollte. Vielleicht kriege ich ja doch noch eine Einladung am Samstag und sitze womöglich neben der Queen. Und wie ist das dann mit dem Smalltalk? Wenn du gegenüber der Queen sitzen solltest, wird sie nicht mit dir sprechen. Sie wird nicht mit dir sprechen. Ja, du bist so nah, aber sie spricht nur mit Personen, die neben dir sitzen. Schade, Vanessa aus dem Smalltalk mit der Queen wird wohl nichts. Aber vielleicht kannst du ja bei der Begrüßung beeindrucken. Es ist allen klar, dass man die Queen nicht so begrüßt. Oder womöglich so. Oder so. Oh, aber wie macht man es denn dann jetzt richtig? William, wie macht man es denn nun richtig? So schon mal gar nicht. Vergiss das alles. Es ist einfach ein Handschlag. Aber du musst warten, bis die Queen dir die Hand rausstreckt. Also keine High Five, kein Faustcheck, keine Umarmung und keine Küsse. Um sicher zu gehen, übt Vanessa aber noch am königlichen Knicks. Was jetzt nur noch fehlt, das perfekte Outfit. Drei Kombinationen hat unsere Society-Expertin William zur Auswahl mitgebracht. Und die müssen jetzt durch den Expertencheck. Das für Samstag? Nein. So viele Neins. Das sagt nicht, ich bin Gast auf einer königlichen Hochzeit. Das sagt, ich bin Gast bei den Kardashians. Aber es ist wenigstens nicht schwarz. Dekolleté-Marke auch nicht. Einen Versuch hat Vanessa ja noch. Oh, das ist besser. Es ist nicht perfekt. Die Einladung fordert einen Hut. Ich habe einen Hut. Du hast einen Hut? Ja. Das ist nicht wirklich ein Hut. Das nennen wir einen Fascinator. Und der ist nicht erlaubt. Und daran ist nicht wirklich irgendwas faszinierend, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich dachte, ein Fascinator wäre okay. Es ist einfach kein Hut. Bei dem Hut muss ich noch dringend aufrüsten. 15 Zentimeter. Der muss noch ein bisschen größer werden. Aber das kriege ich hin bis Samstag. Und ich bin ja jetzt gewappnet. William, thank you very much. Thank you. So, und jetzt besorgen wir dir einen neuen Hut. Das ist wieder einfundier. Okay.